ja hi und willkommen mein name ist dann über lp und ich begrüße euch zurück zu let's play pokémon schwer das rüstungs dlc wahrscheinlich der letzte part mal schauen außer ich finde natürlich noch ein paar sachen weiß ich nicht ja wie ihr sehen könnt hinter mir ist ein scherer aus das bekommt man nur indem man ein sicher mit metallmattel tauscht und ja das bedeutet ich habe ein paar pokémon getauscht mit dem mario master natürlich großigerweise geholfen hat hier meine restlichen pokémon die mir noch gefehlt haben zu tauschen das wäre ein scherock sedra king polygon zwei beziehungsweise seit was ich zwei mal hin und her tauschen musste und lasso king und die einträge mal ganz schnell an doch alle sind irgendwie relativ leicht zu finden außer scherocks war irgendwie hier in der mitte ist glaube ich doch scherock mit einer sehr großen mit einer sehr großen scheren die ein drittel seines körpergewichts ausmachen kann es felsen mit einem einzigen schlag zu malen mit einer seiner großen scheren ok ich wollte schon sagen ich so gedacht war ich zum erstmal recht schreibt weder her gefunden das schon ging es hier ja das geht vom muschers drang in fliegt man es ihren ein und erweckte dabei wie durch ein wunder bisher verborgenen intelligenz in ihm so sieht auch aus peregrin 2 ich habe mit besonderen daten wurden peregrin zu peregrin 2 es erweitert seinen wissen in dem es selbstständig verschiedene dinge lernt die ente so haben peregrin setzt seit einer neuen software installiert wurde die es zur interdimensionalen reise befähigen sollte wurde sein verhalten instabil sehr merkwürdiges pokémon seedra king dann sturm aufzieht stimmt es in die meeresoberfläche stößt es auf einen dragon bricht ein erbitterter kampf zwischen den aus den dragon gewinnt ok und darf wie man sieht krone gefangen 220 von 200 210 von 210 und da gibt es noch ein pokémon saurude heißt es was irgendwie so ein legendäres pokémon ist und ja das ist die nummer 211 durch das heraus von aber man braucht es nicht im pokédex haben um den zu vervollständigen weil hat man ja gesehen ich habe eine krone gehabt also ja weil ich da wohl und ja jetzt kann ich mit der hier reden ich zeigte mal meinen rüstungs deck das bisher 210 gesehen und 210 pokémon gefangen ist den rüstungs komplett vervollständig denn hier bin ich mit meinem pokémon vor schon ein ganz stück vorangekommen ist ein glück dass ich damals auch richtig begegnet bin für deine vorgene leistung wenn ich deine dir kann mit einem besonderen abzeichen versehen so das wäre es ich hoffe dass du dich auch so unglaublich dafür über freust wie ich gerade offene krone original design halten und ein zeichen pin ein mister individueller glücksbring der die wahrscheinlichkeit pokémon zu finden die meint zeichen verfügen also so bänder irgendwie glaube ich das geht nicht jeder hin so viel sicherheit und stolz auf dich sein was ich eigentlich sagen wir sind doof und zeichen findet ist ja ein pokémon irgendwie wenn ich so an klotz sind oder irgendwie sowas dieses pokémon ist sehr zutraulich da kannst du ihn irgendwie so einen spitznamen geben oder so im kampf und ja wenn ich mir so doof ich wünsche man könnte ihnen selber irgendwie spitznamen geben aber das ist irgendwie vorbild man kann ja noch von nennen und so und ja gut wo wir jetzt abgeschlossen geil danke mario master und ja wir gehen jetzt den rest des parts mal hier rein und gucken mal wieder tier mit dem sparring so passiert ich habe mein ding ins hier meine meine box hier voll modelliert hier die nach typen sortiert also ich habe jetzt genug auswahl ich habe ja eine menge pokémon schon trainiert und sagen einmal machen wir hier ich weiß nicht ob ich das für jeden typ mal machen soll man hat hier so funktioniert hat wird wahrscheinlich genauso schwer sein wie der kampfturm deswegen lassen wir mal zusammen mit normal an und nach dem registrieren ok gut ich habe ja schon vorbereitet nämlich wo wir nehmen dieses team team normal und ja müssen ja nicht nur normal sein oder den habe ich schon als items gegeben und so ich überlege ob ich das mit jedem typ machen will aber ich will auch ehrlich gesagt mit meinen projekten ja endlich mal fertig werden von daher weiß ich werde jetzt ein bisschen mehr zeit haben glaube ich jetzt bis zu Ende ein paar sachen machen und ja mal schauen können wir auch mal sagen ob ihr das gerne sehen wollt aber was thema 1 habe ich da jetzt erst in fünf da wird wahrscheinlich mehr knüppel schwer aber ich habe die richtige reihenfolge ich glaube nicht wir gehen wir mit dem ersten kampf macht ich bereit los geht komisch jeden typ wird ein bisschen schwierig aber ich nehme jetzt mal an die beiden dann auch nur die gleichen typen oder sollte vielleicht nicht drin lassen weil es geht aber ihn kann nicht mehr einfach ich glaube ich habe animation aus hat sein ich glaube ich habe ich habe gedacht an den normalen wasser ist das deswegen hat gott muschen hat sich ehrlich auch gott maximierte angriffen und du überlebt hat sogar den kacke an mir unglaublich kacke an mir kann ich pausen machen da kann ich sagen wir gehen ich bin aber nicht normal glaube ich ich werde so will so oder so nicht schneller sein aber versuchen wir mal also wenn ich schon wieder ein pokémon da ist ich meine nach mir nicht ankommen kann okay aber ich kann ja maximieren machen wir doch mal dann noch verbunden mit der wir erreichen ich habe gerade vorliegen ganz kurz was wird wird schon wow bitte direkt danke wollten sie anstrengen was wird irgendwas tv oder was ich ganze nein das ding ist auf jeden fall schneller er nicht okay ja auch okay dass die geld nicht viel das war unglaublich schwer für den ersten kampf bin ich jetzt also so sieht ihr mal meine pokémon eine glanzleistung vorigen leistungen 3 gp okay das geht aber noch weiter ich sage jetzt schon wieder von vorne anfangen was oder ich sollte eigentlich nur die animation einstellen so sieg in folge okay so mal nochmal ich weiß auch nicht genau so vielleicht so 27 oder so in folge machen ich denke an die ganzen finger jetzt zurück hier also spielen schon wieder ein pokémon mit machen kann hey nicht gut hey soll ich mich mal damit machen ich weiß nicht du hast du mit psychos haben oder ja 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 spezialverteidigung dort brauche ich nicht ich nehme mich im physischen ansetzen mit mein relaxo das glaube ich nicht eine geiger mags format oder wenn jeder kampf so schwer ist aber ich da definitiv nicht aufnehmen damit das doch ja wenn ich ganz sicher nicht hier alles aufnehmen wird doch wird wieder ohne zeit hier irgendwie in anspruch nehmen also ich nicht so für mich einmal zu beenden also nee lass mal ich will nur sehen wie das hier abläuft also ja bescheiden die sonne brennt um warenherzig und kunden hat für mich von vorteil sein das hat man das hier ein war auch gar nicht aufgezogen lege geht man relax vielleicht bin ich jetzt so schnell glaube ich nicht auch irgendwie beim komplex an ich hoffe ich bekomme irgendwie was wenn ich jetzt hier einmal gewinne ich werde an wenn da im vergleich zum ziel ist das stärker wert hat kann aber es war ja ich bin sowieso auch cool und wenn ich mir ruhig dann abzunehmen können also ich habe eine maronne wäre ausgerüstert das heißt meine relapse und er macht sofort auf die blühen sage ich voll unnötig wenn ich noch zwei punkte ich habe aber heute noch mal zahlen dann auch voll komplett kann und so und er war voll doof warum jetzt warum jetzt erst stachle das letzte pokémon so kam ja genau wie bei stahl aus dem ganzen gewicht und initiative anrufe der sieg ist ein ja morgen leistung wird 3 gp ja ganz ein punkt noch zweimal heilen ok erwartet und es ist doch voll einfacher dann machen wir uns wirklich halten kann hey ein moment war es heißt alles wo man die ko gegangen sind woher bleiben auch k.o.von wir haben voll ziemlich welcher definitiv nicht aufnicken ich kann mir vorstellen dass das ganz schön schwierig ist das mal muss jetzt nicht so sein ja ich habe die poppons gegeben so arabische welt giga stoß aber jetzt musste machen oder da ist ich kann jetzt irgendwie angefangen lässt nämlich da war es so cool stimmt ja in einem moment kann ich die rechnung für mich hier ansetzen denn die initiative ich dachte irgendjemand habe ich doch hoch brauchen könnte oder so ja aber warum können wir nicht auch mit dem gleichen so wie ich würde es ein bisschen einfacher machen glaube ich verstehe es in dem fliegertakten überreste das heißt wer bleibt jetzt so schwach ja lichtschild der schüttert sollte ich mal hier vom hd ja morgen mein gott ehrlich jedes mal überleben die ihr mit so einem fitzlichen ab hier gibt es nicht ja ja da war es ja eigentlich gar kein schlicht dazu gerade hier mit gelangst und der maron wäre nicht geheilt wurde man hat jetzt die maron wäre die verballert nein nein er ist auch kacke wow der soll dann zu verballern ja er ist auch voll nervt und haben wir auch mit ihm lang gewinnen irgendwie hat zweisch halt oder so das war noch eins oder markieren oder einstrahl weit nicht mit flammenwurf schwächer habe ich das ganze ist pflanze ein strahl haar ehrlich hätte ich jetzt hätte ich jetzt mit dem flammenwurf dann erledigen können er machten er spielt nicht damit so kann die geben jetzt das große flammen das machen wir jetzt dann müssen wir einen schnapp weggezogen löst hat verdammt nach ich nehme an das hat dann jetzt wieder von neu angefangen werden dann ist jetzt erstmal ein zweiter sie ich als zentrale an ja so sieht es aus als 3gp das ist ein pokémon zweimal weiter kampf nummer 3 los geht's ganz gegen meine spilling schwester halten genauso auf gehe ich natürlich und angezündet sie so kommen sie waren natürlich ganz freundlich ein normal punkt manieren denken an das ist ja das klingt nach einer guten idee er wird nicht aufgenommen glauben und ich habe gern zeigen und ich würde mal gerne mal meine pokémon jetzt zeigen werde ich alle trainiert hat vielleicht manchmal irgendwann so online matches so manchmal zeit der übrige nicht auch gut ausbruch man nicht irgendwie jetzt zehn projekte auf einmal das war nicht alle erst vollständig muss irgendwie so random reinpacken kann habe ich sowieso schon was geplant ich habe jemals machen würde das ist natürlich um eis gegen ein drache so auf also war mein giga das packe nicht jetzt machen das eis deswegen wenn die anauffolge hält ich wäre vielleicht zu ziel ist die schwerde anwender als gleich stück da muss man auch ganz vergessen vergessen hat der vor einem zug eingesetzt hatte so leicht ist das ding auch nicht regent und deswegen habe ich nicht beiden stempel eingesetzt wenn ich mir gedacht habe du sitzt irgendwie hagel eigentlich aber ja natürlich reden und tun wir alles auf die teile machen und wollen wir auch und 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 kommentierend gibt es immer mit 14 den api überleben noch schneller was mir los da ist irgendwann wird so oder so ja ich sowieso aufhören müssen ich stimme ich schaffe hier die ganze zeit ohne schaden durchzukommen das ist jetzt schon vorbei team heilen und fortsetzen ich mach dich bereit los geht's war wahrscheinlich auch mit jedem mal endlich mal was ging was ich ein bisschen was also du bist in einer umweg form ja ich war mir mal da gar nicht zum glück habe ich es gemacht weil ich weiß dann wird irgendwann bringt gegen deiner maximierte pokémon der seine maron mit derzeit maron wäre zurückgetreten ja haura gut ausbruch unendlich gut ausbruch schon gedacht man kann auch mehrmals programm für die stadt wirkungslos wie schnell als du lehne auch gott ich glaube ich habe ja überlebt schon will er zum glück haben die null intelligenz trotzdem ja okay trotzdem wird uns ein setzter heilung nächsten gingen kommt dann schafft und ein schlag naja warte mal das aber ich will jetzt nicht spital dann würde ich ja auch weniger schadet weniger prozent haben und man sich die ganze zeit halten können das bestimmen gesucht 20 kämpfe oder so untereinander schaffen damit hier was freischalten oder so war schon wieder gut ausgeht ja ich hasse es wenn mich dort so angucken dann gucke ich wir laufen sehr gut das war eine ganz leistung und leistung der gp was auch gut zum gp haben ja komm noch mal fünf macht ich weiß los geht lantor gibt es wie mein erstes pokémon und dann mit deinem markieren das war ein deiner wir haben auch das ging es geht so wer die prinzipien in den spiel worte aber auch noch mal verteidigen das auch nein jetzt immer leben wahrscheinlich ja konnte drehende flügel in diesen tornado ja das jetzt doch vor wenig dollar blitz ja natürlich und auf jeden fall nächsten haben wir heilen dieses mittelst du kannst das wagen also fast wie fast gleiche dazu sagen darf bühne war auch cool ein volltreffer ist so schwach aufgeburt ok land von mehr auslässt und wälzer oh wenn man sich einsetzt die haben wir noch ausgelangen also steiner ist wenn es geschneid hat sich ja ja auf jeden fall heilen der meister jetzt so schon sagen würde du hast das hast du ernsthaft ernst gemacht da hast du ernsthaft ernst gemacht von leistungen 20 gp ist ein wahrer meister im umgang mit pokémon vom typ normal aber ist das diesen geschenk möchte ich mit deinem unermüdlichen willen an dir selbst zu arbeiten angemessen liegen würdigen alter 30 gp du kannst ein pokémon machen einfach weiter ich glaube das war schon das macht musste jetzt raten dürfte und war eine menge gp menschen wirklich diese katzen können von der zeit für das nervig vor allem wenn er ist dann ja eine pokémon auf der wunderschöne muss er jedes mal diese blöde katzen elektrifizierung du hast auf meinen angriffen elektro angriffen gemacht wie kann ich das wagen ich bin da ist doch nicht nein jetzt geht es aber wieder normal ich bin so schaden gemacht ich hätte gedacht wird er hat er verbracht aber es hat man schon in ihrem part verlieren wenn wir so eine runde davon macht meine sache ist dann natürlich wieder so ja ich habe ich das nicht und dann habe ich den ganzen fahrt verständet und dann also ich habe den ganzen fahrt wenn der tier von der zeit her und dafür nicht dann nicht so toll also ja alles spricht dann kommt jetzt irgendwie zum nächsten tats peria immer wieder dran sitzen aber ich habe in nächster zeit eigentlich nichts mehr geplant so mit privat jetzt sind wir kommen heute mit einfach weg weil es das nächste spiel was mich interessieren würde was hier rein kommt in meinen kanal sehr auf jeden fall aber ich habe keine ahnung es ist aber auch für informationen zu bieten zu kann sich noch um jahre dauern und jeder kann die sachen definitiv nicht mehr aus naja so einzelne projekte habe ich eigentlich nichts mehr geplant ja auch jetzt kann ich mich auch nicht mal einfach mal sie los geht's da sind dort und die dritte fahren würde ich sagen das ist auch nicht wie so wie das jetzt ist es ja schon zu ende mache ich nicht mehr ich meine fans zu sehen da arbeite ich darauf hin aber das wird auch nicht so lange dauern und auch nicht mehr so viel so ein zwei tatschen noch mal sagen dann bleibt eigentlich nur noch wenn wir jetzt hiermit auffällig sind jetzt gleich und das dlc von kingdom arts 3 und dann habe ich außer die sachen die ich hier noch hier mit dem master oder im weg ist nicht wieder aufnehmen ich habe sogar noch weil ich fahrt von da unten ist der nicht noch nicht komplett verarbeitet habe und so war ich aber daran arbeiten bin also etwas glück wird das in diesem sonntag zur eine stunde später und da kann ich mir erst mal wieder entspannen ja das wäre so eine richtige folter irgendwie ich glaube das ist unser letzter oder voller kampf werden ja wir sind bei 33 wo ich weiß nicht wie kämpft man gewinnen muss aber ich scheine irgendwie schon die belohnung zu bekommen ne kommt zwar haben wir jetzt 50 gp und sie haben bekommen ist irgendwie weil ich nicht ganz schön viel ja also nicht das war ist das ja also nach ende ist fahrt von der zeit her von daher gott der lebensort seit von letztens kommen was wäre perfekt gegen relaxo vielleicht auch bei den kampf müssen wir eigentlich noch schaffen den server ja ich will nicht so viel bringen ja sehr speziell verteidigt aufgebaut meine relaxo nicht wenn wir jetzt immer so wenn es ein pokémon gibt das irgendwie voll viel weil ich denke pokémon viel verteidigung habe dann tue ich in der regel diesen pokémon spezial verteidigung und dann ausgleichen ob man dann auch einfach so viel abbezogen ob er nicht heute war war parallel ist irgendwie adrenalin oder adrenalin ist doch für physische jetzt sieht das jetzt ab das ist das davon voll wenig aufgezogen am ersten mal ja wenn man pokémon wird es wiederbelebt somit eine hp ok das war mein liebes eine kette wird irgendwie nicht unterbrochen welche und jetzt aufhören du hast doch keine chance jetzt habe ich 206 kapitel aber wenn ich mich jetzt deiner maximiert dann was meine relaxo doppelt so viel ab und zwar ganze zwölf komm her ich will noch nicht weil ich so oh gott doch wer hätte voraussehen können dass das passiert ja gut ok du hast sieben siegern folge erzählt es war eine niederlage ja sag doch mal was zu meinen siegen das war eine niederlage das ist ein sehr gutes zeichen nach wie vielen kämpfen wir nach fünf ne das heißt ich muss fünf kämpfe machen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 7 8 18 lag ich gar nicht so falsch ich glaube ich gesagt so 16 17 lag ich gar nicht so falsch eigentlich cool okay mir ist aufgefallen wir noch gar nicht die liga karten nimmt wie er anguckt von dem musterische vorhaben war schon oder naja musterich dieser ehemalige kampferienleiter gilt mit seinem rekord von 18 jahren ohne die lagen ein stärkstags champion der geschichte ok dann streben nach jener stärke gegen mit gnadenloser strenge ein er sich selbst und anderer gegenüber allerdings änderte sich sein wesen von grund auf als er im anschluss an seinen rücktritt die welt bereiste zur beobachtung einer erwerb er plötzlich ein unbewohnte insel als man ihm nach den grund dafür fragte sagte er lächelnd dass er auf die welt viele arten von stärken gibt die er alle sehen möchte er gab der rüstungs insel ihren namen ok ich nehme einen so sieht der jungen aus der krone sein der hat auch so ein mantel ich will auch so ein mantel warum kriege ich denn ich dieses foto ist circa 50 jahre und stammt aus der zeit als maastricht nach dem sieg über den fehlen arena leiterin den titel des chems daran papeller langer zeit galt er als unschlagbar doch mit dem verlust seines geliebten partner pokémon häuften sich seine liga lagen seine beliebtheit blieb allerdings bestehen selbst als er den titel verlor den entschluss zum rücktritt fasste er als er als der damalige ligapräsident ihm seine abgekatteten kampf gegen den den sieg hat entschluss zum rücktritt fasste er als der im einen abbekannten kampf den ok ok seit seiner karriere gibt er sich seiner leidenschaft für videospielen die jetzt falls image gründen gewirr geheim hielt aber niemals schon die erste die akte überhaupt nicht okay cool ich habe eine krone bekommen und so ne warte mal ich habe da jetzt auch irgendwie sowas ja wenn ich auch jetzt ein zeichen ja kummer wird mir angezeigt man sagt gelbe was weiß ist jetzt die frage da ist die krone jetzt echt irgendwie was ich denke was sie ist ich zum aufsetzen ja geil haha die werde ich eine lange zeit auflassen gut dann weil die will ich aber sagen dass wir hatten auch mit dem rüstungs dlc vom pokémon außer ich finde hier noch ein paar sachen die man dies wert sind aufgenommen zu werden keine ahnung aber im gegensatz zu jetzt pokémon schwert welches ich beendet habe weil ich hier mit dem rüstungs jetzt endlich weitermachen will kommt jetzt hier nach direkt nichts also ja wird jetzt kein überleitender sprung zu irgendeinen anderen die jetzt hier oder so da muss man auch warten ich glaube herbst oder so wurde der nächste angekündigt das ist jetzt auch nicht mehr so weit also ja schauen warte mal herz ist überhaupt nicht weit könnte nächsten monat sein oder ja gut aber für die rüstungsinsel war es das jetzt erstmal und ja in dem sinne sage ich da dankeschön für zuschauen ich hoffe euch hat der part gefallen bzw das projekt und ja wir sehen uns dann in der kronen tun da hieß das glaube ich ne da sehen wir uns dann wieder und ja ich würde dann sagen tschüss bis dahin und das bleibt kommentare und also weiter per se von euch und man sieht sich dann tschau